Hey Leute! Hey Leute! Hey Leute! Hallo meine Lieben! Wisst ihr was das Schönste ist? Ich sag euch heute Hot Hot Hot! Und ich mache aus euren Spiegeleiern Eier aus Stahl! Das Leben kann so schön sein! Er ist Furzdesigner und der hier persönlicher Drogentester. Sie ist Hochzeitsnachtstriff. Neue Episoden, neue merkwürdige, außergewöhnliche, höchst unkonventionelle und definitiv sehr seltsame Menschen. Bucht mich! Yeah, wir sehen uns! Stay tuned, bleibt dran! Minimogs am 23. Dezember um 0.30 Uhr auf Comedy Central Plus 1.